Magnete Welter – Ihr Spezialist für Magnetanwendungen in Industrie, Handel und Handwerk. Mit rund 1000 Magnetartikeln bieten wir Standardlösungen für Anwendungen in der Sensorik, bei Elektromotoren und bei Haftanwendungen. Magnete und Magnetsysteme erleichtern in der Industrie und im Handwerk die tägliche Arbeit. Ob bei der Montage, bei Befestigungen, dem Transport und der Fixierung. Magnete bieten Ihnen eine Befestigungsmöglichkeit mit hoher Sicherheit ohne Verschleiß. Zum Schließen und Lösen von Magnetverbindungen werden keine Werkzeuge benötigt. Wir entwickeln auch für Sie die passende individuelle Lösung. Magnete Welter – Magnete verwirklichen Ideen.